Frau Dr. Weidel, die Bundesversammlung, die Wahl des Bundespräsidenten steht unmittelbar bevor. Die AfD hat mit dem profilierten Ökonomen Prof. Dr. Max Otte einen eigenen Kandidaten nominiert. Wie lautet Ihre Ansicht, wie wird diese Wahl heute verlaufen? Also wir werden als AfD-Fraktion natürlich den Steinmeier nicht verhindern können. Das ist schon mal klar. Ja, was wir aber tun, ist ein deutliches Zeichen zu setzen. Und zwar, dass es eine personelle Alternative gibt. Und wir sagen auch ganz klar, ja, wir haben einen Kandidaten mit einem bürgerlich-konservativ-freiheitlichen Profil. Das heißt, im Normalfall, wenn sich das konservativ-liberale Lager verständigen würde, dann würde Professor Max Otte der Konsenskandidat sein. Und da wir aber nicht in normalen Zeiten leben und die CDU selbst in ihrer Oppositionsrolle ihre Aufgabe nicht erfüllt, fällt das natürlich aus. Und es ist ein Nahemutszeugnis, dass die CDU tatsächlich einen SPD-Kandidaten wie Herrn Steinmeier mitwählt. Wie bewerten Sie die erste Amtszeit von Frank-Walter Steinmeier? Ja, das ist ein Nullum. Man muss sich fragen, was der Mann gemacht hat. Also selbst das Repräsentative füllt er nicht vernünftig aus. Er ist jetzt auch nicht jemand, von dem man sagen könnte, er ist jetzt exzeptionell kultiviert oder gebildet. Das kann man ja auch nicht sagen. Also wenn man wenigstens einen schönen, breiten gebildeten Kandidaten hätte, auch das fällt aus. Und dementsprechend, ja, und dann auch dieser Lapsus damals mit der Gratulation an das Mullah-Regime im Iran. Das sind einfach diese ganzen Fettnäpfe, die es eigentlich hochnotpeinlich machen, diesen Kandidaten im Amt zu halten. Warum, glauben Sie, haben die Unionsparteien, also CDU und CSU, es nicht geschafft, einen eigenen Kandidaten für diese Bundespräsidentenwahl zu nominieren? Die CDU ist völlig entkernt. Sie hat ihren Wesenskern verlassen, den konservativ-freiheitlichen Kern. Und das sind 16 Jahre Merkel. Und auch Herr Merz kann es offensichtlich nicht richten. Und das Ergebnis sieht man jetzt, dass die CDU überhaupt gar nicht willens und fähig ist, einen Kandidaten, eigenen Kandidaten aufzustellen. Also als vormalige Volkspartei ist das ein Armutszeugnis. Ihr Kandidat Professor Otte hat auch erklärt, dass für ihn die Themen Meinungsfreiheit und auch Pressefreiheit ganz wichtige Themen sind. In diesem Zusammenhang, wie wichtig sind aus Ihrer Sicht konservative und alternative Medien, wie beispielsweise auch der Deutschlandkurve? Ich stehe ja heute bei Ihnen und ich finde Ihren Beitrag großartig, finde ihn extrem wichtig für das breite Meinungsspektrum. Denn die Mainstream-Medien, wenn man das jetzt so bezeichnen kann, erfüllen ja auch ihren Auftrag nicht, eine pluralistische Gesellschaft und ein pluralistisches Meinungsbild in der Breite abzubilden. Und da müssen eben dann auch die Alternativen einspringen. Genauso wie es die Alternative für Deutschland in der Politik gibt, gibt es beispielsweise Sie in der Medienlandschaft. Und das ist wichtig und gut so. Abschließend noch ein kleines Gedankenexperiment. Wenn Sie jetzt noch vor der Bundesversammlung die Gelegenheit hätten, ein Vier-Augen-Gespräch mit Frank-Walter Steinmeier zu führen, was würden Sie ihm gerne ins Stammbuch schreiben? Weniger ist manchmal mehr. Und ein wenig mehr Bildung täte jedem ganz gut. Lesen bildet. Vielen Dank, Frau Dr. Weil. Dankeschön, Herr Bendels. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.